Weisst du was? Er ist etwa so gross, also etwa 5, nein 4 cm. Meistens ist er nicht so riesig, nicht so gross wie schwul aus. Klein, sehr klein, etwa so. Und so lang. Er ist etwa kleiner als ein Maus. Wenn man das zu klein hat, dann kommt man wieder ein neuer über. Die meisten sind einfach so eine Art durchsichtig und weiss. Es ist nicht hart, aber es ist auch nicht weich. Also man kann es rausnehmen, wenn man es braucht. Man braucht dann manchmal, also meistens sehr viel, wenn man etwas falsch macht oder so etwas schreibt. Wenn man ganz fest so damit macht, dann schmeckt es ganz so angebrennt. Und dann gibt es so ganz kleine Rügelchen, die man nachher wegwischt. Weisst du was? Ja! 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 Ja!